Serdar Sumuncu und Sarah Wagenknecht über Ukraine, Corona, rechts und links, Digga. Wir leben in einer Zeit, in der es schwer ist, sich zu behaupten gegenüber dem, was die meisten sagen sollen. Hast du gut auf den Punkt gebracht, mein Hützer. Ich finde, das hat schon Züge von Propaganda, was wir erleben. Bei den ganzen großen Medien ist eigentlich immer die gleiche Agenda am Start. Das hat man jetzt in den letzten drei Jahren noch heftiger gesehen so. Ich glaube, das war früher auch mal anders gewesen. Da hat sich noch der ein oder andere Journalist getraut, mal ein bisschen so auch eine andere Meinung zu vertreten und mal einen Artikel rauszubringen, wo man mal auch kritisch gegen vielleicht das aktuelle Narrativ geht. Ist das ein Bogen, den man schlagen kann? Ist das zu sehr, wir leben doch in einer unsichtbaren Diktatur? Kann man schlagen, Bro. Wenn ich dich jetzt offen fragen würde, hast du was mit Putin zu tun? Ist das deswegen eine rechte Position, gegen Waffenlieferungen zu sein und für Demokratie? Nur weil die AfD das gerade vertritt. Sei einfach du und hab deine eigene Meinung, weißt du? Ob die jetzt mit irgendwelchen Richtungen konform geht oder nicht, ist eigentlich scheißegal. Wir sind out of control, Sommernacht, heute am Block und wir hustlen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich paff, macht mich wieder zu stank. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, euch geht's gut zu Hause. Liebe geht raus von mir, natürlich auch vom ganzen Chat, wie immer. Kommt gerne auf Twitch mal vorbei, Link unten in der Beschreibung. Wir haben eben schon wieder eine Stunde, fünf Minuten richtig schönen, niceen Deep Talk, schönen Real Talk gemacht, fühle ich komplett. Kommt gerne mit mal hier rein. Können wir echt, also ich sag euch ehrlich, diese Gespräche sind echt nice immer, die wir hier haben. Genau, wir gehen jetzt in die erste Reaction rein und zwar heißt das Video Preview. Serda Sumuncu und Sarah Wagenknecht über Ukraine, Corona, rechts und links, Digga. Geil. Also auf die Kombination freue ich mich wirklich sehr. Weiß ich auch beide sehr zu schätzen, vor allen Dingen dieses Sarah. Ich hätte auch so gerne einen Talk mit der Sarah Wagenknecht, sag ich euch ganz genau so, wie es ist. Hab schon zwei, drei E-Mails rübergeschickt, aber leider noch keine Antwort bekommen. Ja, der Bruder wirkt auf manche Menschen hier und da ein bisschen abschreckend, aber ich glaube, wenn wir uns mal treffen würden, dann würde sie auch sagen, ja, der Leon ist ein guter, kann man sich auf jeden Fall mit unterhalten. Wer weiß, Sarah, falls du das siehst, let's talk, komm in Discord, wir müssen reden. Und los. Die Boy-Group der Hardcore-Katholiken. Ein Podcast mit Ben-Dirik Scholz und Serda Sumuncu. Herzlich willkommen, ich bin heute mit einem Gast... Tag, schön, mein Jutz da. ...hier in einer wunderschönen Location, wie man sagt, in einer... Gib mir die Location-Vibes, man. ...vor einer Kulisse in Berlin mit einer Frau, die ich sehr schätze und mit der ich schon mal... Me too, me too. Kann ich nur genau so auch... ...übergeben an die Frau Wagenknecht, schätze ich sehr. Lüdig feiere ich und prägt mich ab und zu auch an der einen oder anderen Stelle. ...hab aber nicht vor einer Kamera und deswegen holen wir das heute nach. Bei mir ist heute Sarah Wagenknecht zu Gast. Hallo Sarah. Hallo. Hallo Sarah, wie geht's dir? Sarah ist auch süß, ne, finde ich. Ich finde, Sarah hat so eine süße Ausstrahlung. Wir duzen uns. Gerne. Ganz salopp. Wir können aber auch wieder an sie... Nein, das fände ich jetzt doch ein bisschen. Wie alt ist Sarah eigentlich? Weiß das einer von euch? Künstlich. Sarah, es ist sehr schön, dass du da bist, weil ich finde, es gibt niemanden oder wenige, mit denen man im Augenblick über die Themen sprechen kann, die uns alle beschäftigen, die eine so klare Meinung haben wie... 53 ist dein Ernst? 54... Ohne Scheiß? What the fuck? Nee, Digga. Jetzt ehrlich? Krass. Die gibt mir auf jeden Fall jüngere Vibes, wenn ich das so sagen darf. Und wie ich finde, sogar eine fast unbeugsame, klare Meinung haben wie du. Ähm, gleichzeitig muss man aber aufpassen, oder ich will aufpassen, dass ich nicht zu sehr in Schleimen gerate heute. Denn... Ich weiß, dass wir natürlich in vielen Fragen einer Meinung sind, aber wir werden herausfinden, ob es ein paar Dinge gibt, in denen wir vielleicht nicht einer Meinung sind. Na klar. Also erstmal schön, dass wir diese Gelegenheit haben. Ähm, du kommst gerade woher? Aus dem Bundestag. Aus dem Bundestag. Du bist noch Abgeordnete der Linkspartei. Genau. Wie ist dein Stand in der Partei? Mögen die? Da ist ein bisschen Beef, ne? Also es gibt schon einige immer noch, die mich mögen, auch wenn man das öffentlich vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Also ich glaube schon, dass es bei den Mitgliedern, aber auch in der Bundestagsfraktion, da habe ich natürlich auch Leute, die genauso die Dinge sehen wie ich und die mich auch unterstützen. Aber es gibt natürlich auch einen sehr, sehr starken Flügel, der also nichts mehr herbeifiebert als den Tag, wo ich endlich gehe. Kann man die namentlich benennen? Ach, das ist dann vielleicht immer auch so ein bisschen... Ja, ja, Serdar will Pitner machen, wa? Aber es ist ja, sagen wir mal, einige sagen es ja auch ganz offen. Also klar, das ist dann mehr im Parteivorstand als in der Fraktion, aber ja, paar Namen sind glaube ich auch bekannt. Ja, ich habe eben gesagt, wir sind in vielen Dingen einer Meinung, vor allem glaube ich, wirst du mir zustimmen, wenn ich sage, wir leben in einer Zeit, in der es schwer ist, sich zu behaupten gegenüber dem, was die meisten sagen sollen. So, hast du gut auf den Punkt gebracht, mein Hützer. Ich schwöre es dir. Das ist eigentlich schon traurig, diese Aussage alleine, so dass es schwer ist. Ist das schon eine vage Behauptung, die ich gerade mache oder empfindest du das auch so? Gibt es so einen Common Sense, an dem man sich halten muss? Es gibt einen ganz massiven Mainstream, der eine bestimmte... Mainstream, na Mann. Geil, ich habe ein deutsches Stream sagen, Bro. Mainstream. Positionen propagiert, also ich nehme auch bewusst wirklich diesen Begriff, weil ich finde, das hat schon Züge von Propaganda, was wir erleben. Und die Medien erfüllen ihre... Hundertprozentig. In vielen Hinsichten, so weißt du. Damals bei der Corona-Krise, heutzutage bei der Russland-Ukraine-Krise. Das ist schon eine Art Propaganda, die da betrieben wird, um die Menschen auf ihre Seite zu holen und dass alle irgendwo gleichgeschaltet sind. Und vor allen Dingen, du hast auch gar kein... Du hast gar keine richtige Alternative mehr, so. Du hast gar keine Opposition mehr. Vor allen Dingen nicht bei den Großen. Bei den Großen, bei den ganzen großen Medien ist eigentlich immer die gleiche Agenda am Start. Das hat man jetzt in den letzten drei Jahren noch heftiger gesehen, so. Ich glaube, das war früher auch mal anders gewesen. Da hat sich noch der ein oder andere Journalist getraut, mal ein bisschen so auch eine andere Meinung zu vertreten und mal einen Artikel rauszubringen. Auch von einem großen Haus, wo man mal auch kritisch gegen vielleicht das aktuelle Narrativ geht, so. Aber heutzutage hast du ja wirklich gar keine einzige große Zeitung oder kein großes Medium mehr, was irgendwie mal eine andere Meinung vertritt, so. Es ist alles gleichgeschaltet. Ich glaube nicht, weil das ja eigentlich ihr Job wäre, unterschiedliche Sichten darzustellen. Und ehrlich gesagt, ich finde das wirklich erschreckend. Also selbst in den tiefsten 70ern oder so. Ich will das alles nicht verherrlichen. Ich meine, ich habe die Zeit ja auch nur vom rückwärts quasi wahrgenommen. Okay, 70er Jahre war sie noch nicht am Start. Dann ist sie doch noch gar nicht 50. Ja, doch. Knapp. Nicht erlebt, also nicht bewusst erlebt. Aber selbst da war es ja so, natürlich gab es die richtigen kalten Krieger. Und für die war also jeder Friedensaktivist ein Underdog oder ein U-Boot Moskaus. Das gab es alles schon. Aber es gab dann immer Medien, die dagegen gehalten haben. Also wenn die einen, die Frieden schon, aber es gab dann immer Medien, die dagegen gehalten haben. Also wenn die einen, die die Friedensbewegung diffamiert haben als fünfte Kolonne Moskaus, dann gab es eben auch sehr starke Medien, sehr starke Publikationen, die gesagt haben, was soll denn das, was sind das hier für Typen, die uns so etwas erzählen und die dagegen gehalten haben, die gesagt haben, natürlich ist Abrüstung wichtig, natürlich ist die Siehste, damals war das noch anders. Raketenaufstellung falsch. Und heute ist es Es ist halt immer weniger geworden mit der Zeit. Es wurde immer mehr gleichgeschaltet, immer mehr gleichgeschaltet, bis wir dann an dem Punkt waren, wo wir alle gemerkt und gesehen haben, dass alle an einem Strang ziehen. Und jeder, der nicht an einem Strang zieht, der ist was Böses. Der ist, den muss man bekämpfen. Diese Situation wurde geschaffen. Und das ist eine Sache, wo eigentlich jeder hätte realisieren müssen, so ey, das kann nicht sein. Egal, welche Meinung ich gerade bin, egal, was ich jetzt gerade vertrete, es kann nicht wahr sein, dass du nicht mal eine andere Meinung äußern darfst, ohne mit Konsequenzen zu rechnen. Irgendwie alles in eine Richtung. Also wenn man sich nicht im Internet informiert oder eben die sogenannten alternativen Medien wahrnimmt, wenn man wirklich nur öffentlich-rechtliches Fernsehen guckt, FAZ liest, Zeit liest, Spiegel liest, da ist relativ wenig an anderen Meinungen. Also ab und an kommt mal was durch, aber sehr, sehr wenig. Du bist schon direkt im Thema, ich merke das, aber ich würde gerne noch... Im Thema, I didn't, man... Nein, es war aber auch schon bei Corona so. Also es ist nicht nur... So, lass raus, Sarah. Das ist eine, die spricht Real Talk, weißt du, wie ich meine? Ohne Blatt vor den Mund. Ukraine-Krieg, so. Also wir haben generell so einen Trend zur Konformität, auch zu einem starken Konformitätsdruck, also dass Menschen auch zumindest, wenn sie vielleicht im öffentlichen Dienst arbeiten, Universitäten, und Schulen, glaube ich, schon auch empfinden einen unglaublichen Druck, sich einer bestimmten Meinung anzupassen oder... Nicht nur im öffentlichen Dienst oder in den Schulen oder so, sondern auch, wenn du Person des öffentlichen Lebens bist. Weißt du, wie ich meine? Wenn du Person des öffentlichen Lebens bist, so. Das merkst du ja bei denen, merkst du das ja auch. Wie viele Leute kenne ich, die eigentlich hinter den Kulissen die gleiche Meinung hatten, wie ich zum Beispiel damals, wo ich mal Treppenhaus-Video gemacht habe. Aber sich niemals getraut hätten, diese Meinung nach außen hin zu äußern, weil sie dann wussten, okay, danach werde ich gebashed. Und dann halte ich lieber meine Schnauze. Das zieht sich durch alle Bereiche durch. Zumindest, wenn sie davon abweichen, ihre nicht mehr zu sagen. Oder dazu zu stehen. Du bist eine Reizfigur für viele, weil du eben aus diesem Kontext kommst und viele oder manche dir unterstellen, du wirst eine Marionette. Zum Beispiel Putins Marionette. Die fünfte Kolonne. Oder was man dir alles unterstellt, auch in den Medien. Du wärst bezahlt aus Moskau. Und du würdest hier Propaganda machen für Moskau. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, auf der einen Seite eine Vergangenheit zu haben, in der man aus Erfahrung weiß, wie schwierig es sein kann, seine Meinung zu sagen und diese Meinung auch zu behaupten gegen viele Widerstände und Sanktionen. Und wie verheißungsvoll es vielleicht gewesen sein mag, aus dieser Vergangenheit in eine Gegenwart zu kommen, die, ich sag jetzt mal scheinbar demokratisch ist, aber wie frustrierend es auch gleichzeitig ist, zu merken, dass die selbst Scheinbar demokratisch, hast du gut ausgedrückt, mein Juts da. Prinzipien, die irgendwann mal funktioniert haben, unsichtbar jetzt doch wieder zu funktionieren scheinen. Ist das ein Bogen, den man schlagen kann? Ist das zu sehr, wir leben doch in einer unsichtbaren Diktatur? Oder würdest du sagen, es gibt Elemente? Kann man schlagen. Bro, mach dir keine Sorgen. Kann man schlagen. Die du wiedererkennst. Also Diktatur würde ich deshalb nicht sagen, weil man, man kommt nicht ins Gefängnis. Also noch ist das zum Glück wirklich in Deutschland. Noch sagt sie. Man wird sanktioniert. Aber man wird sanktioniert. Ja, du musst nicht, du kommst nicht ins Gefängnis und wirst noch nicht getötet für eine andere Meinung so. Ganz klar. Also wir haben keine China-Zustände, das muss man so sagen, wie es ist. Und das sollte einem auch bewusst sein, dass man eine gewisse Freiheit noch hat in der Meinungsäußerung. Nichtsdestotrotz hast du extrem, mit extremen Konsequenzen zu rechnen. Mit extremen Konsequenzen, die dich auch hart beeinflussen können. Manche Leute bis zum Selbstmord sogar beeinflusst haben. Und das ist schon eine Sache, die ist beängstigend. Die Frage ist, wo rutschen wir da gerade rein? Weißt du, wie ich meine? Wie sieht das in Zukunft aus? Wenn das damals so war und heute so aussieht, wie sieht es in fünf Jahren aus, in zehn Jahren aus und will man da wirklich reinrutschen? Also sozial. Sozial wird man unterdrückt. Das ist noch was anderes als Gefängnis, aber es ist eine Form der Repression und die haben wir zunehmend und in wirklich beängstigender Weise. Und ich meine, da bin ich. Aber nicht vom Staat. Auch vom Staat teilweise. Also es gibt Leute, die haben jetzt mit Klagen zu kämpfen, die sich bei Corona geäußert haben. Teilweise wurden Leute auch wirklich auch vom Staat sanktioniert. Teilweise. Nicht viele, aber es gab welche. Als Politiker relativ unabhängig, weil ich kann, also ich meine, ich werde ja nicht entlassen. Also ich meine, im schlimmsten Fall bin ich nicht wieder im Bundestag. Aber ich werde, ich muss nicht Angst haben um meinen Job. Also wie jemand, der eben zum Beispiel als Lehrer oder als, ich weiß nicht, irgendwo im öffentlichen Dienst arbeitet. Oder auch als Journalist. Man kann Kampagnen anzetteln. Man kann in deiner Vergangenheit kramen. Und herausfinden, dass du irgendwo mal eine Plagiatsarbeit abgegeben hast. Ich wette, die haben alle meine Sachen geprüft. Also da bin ich mir ziemlich... Und was ich noch dazu sagen will, man weiß auch nie, inwiefern der Staat auch involviert ist. Man hat es ja bei den Twitter-Files in Amerika zum Beispiel gesehen, dass der Staat da involviert war bei der Zensur und bei dem Löschen von Accounts und Social-Media-Kanäle einschränken und bannen etc. Man hat ja bewiesen, beziehungsweise gesehen, dass die CIA da mit involviert war. Wer weiß, wie das in Deutschland war jetzt zum Beispiel bei einer Cancellation mir jetzt gegenüber oder anderen Leuten gegenüber, inwiefern auch der Staat da einen Einfluss hat auf die Medien oder auf die Leute, die dann diesen Cancel-Film anschmeißen. Weißt du? Sicher. Also ich glaube, wenn ich Leichen im Keller hätte, die wären schon irgendwo gefunden worden. Nein, aber es ist trotzdem, ich meine, in einem Punkt hast du ja recht. Es ist ein Niveau, was jetzt an Debatte stattfindet, wo man sich schwer wehren kann. Also ich habe ja jetzt diese Story da, die von der Washington Post kam. Also Putin hatte einen finsteren Plan, Wagenknecht soll mit der AfD funktionieren. Nun hat die Washington Post korrekterweise eben noch geschrieben, dass es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass ich jemals kontaktiert wurde oder irgendwie in Kontakt mit dem Breml stehe. Aber in den deutschen Medien wurde diese Story so verpackt, dass es eigentlich fast schon so aussieht, dass es da eine Absprache mit mir gab oder ein wirklich, ja, ein gemeinsames Projekt. Und das läuft ja nach dem Motto, wer viel Dreck schmeißt, der erreicht zumindest, dass irgendwas hängen bleibt. Und sich dagegen zu wehren, ist unheimlich schwer. Ist so, viele Sachen sind auch gar nicht mehr umkehrbar so, weißt du? Wenn nur einmal gewisse Dinge versucht, also wenn dir einige Dinge versucht werden anzuhängen und dann wird es ja auch nie wieder richtig klargestellt oder so. Auch bei diesen ganzen Vorwürfen gegen Leute zum Beispiel, die, keine Ahnung, alter Johnny Depp und so, gab es ja auch dann hier Vergewaltigungsvorwürfe. Und da auch bei Kennedy oder bei Park oder bei Andrew Tate oder bei DMX. Danach diese Vorwürfe wieder wegzubekommen, wenn die ganze Medienmaschinerie schon da dran gearbeitet hat, diese Jungs zu diffamieren so. Bro, das kriegst du auch nicht mehr weg. Da bleibt immer ein bisschen was hängen. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht bringt es alles nichts. Die machen mich sowieso fertig. Aber andererseits sage ich, nee, ich will denen nicht diesen Sieg lassen. Stark, Sarah, immer stark bleiben. Also ich verstehe, was du meinst. Ich kenne den Gedanken, an dem man immer so entlang laviert. Entweder zu sagen, es ist mir echt zu müßig. Ich habe es jetzt tausendmal gesagt, es wird langsam redundant. Und man spart sich lieber die Kraft. Oder dass man sagt, nee, jetzt erst recht. Aber glaubst du, es gibt auch eine Möglichkeit heutzutage, in einer Zeit, in der ja die Wahrheit sehr relativ ist. Also man kann ja sehr viel subjektive Wahrheit zu einer objektiven Wahrheit ummünzen, indem man es einfach so oft vervielfältigt wie möglich und irgendwann alles nachplappern. So funktioniert der Laden, Bro. Hast du gut erkannt. Glaubst du, es gibt überhaupt noch eine Möglichkeit, Dinge durch Fakten zu widerlegen? Also wenn ich dich jetzt offen fragen würde, hast du was mit Putin zu tun? Ja, dann sage ich nein. Und das ist die Wahrheit. Aber, ähm... Wie kannst du das in irgendeiner... Wie soll man das beweisen? Um glaubwürdig nachweisen. Oder gibt es Beweise dafür, dass du vielleicht sogar eine Marionette bist? Nee, die gibt es nicht. Also die hätten sie ja präsentiert, wenn es die gäbe. Und die kann es auch nicht geben, weil ich ja da keine Kontakte habe. Aber es ist tatsächlich eben... Ja, das ist Orwell. Wenn die Lüge oft wiederholt wird, wird sie zur Wahrheit. Oder zumindest ein kleines bisschen Wahrheit dabei. Ich meine, ich glaube schon, und das ist eigentlich das, was mich motiviert, dass doch... Psychologie der Massen, meine lieben Freunde. ...die Menschen die Fähigkeit zum Denken haben. Und dass sie auch irgendwie durchschauen. Also wenn jemand eine bestimmte Position hat, und ich meine, natürlich kritisiere ich die deutsche Außenpolitik, ich halte das für verheerend, dass wir in diesem Krieg immer mehr Waffen liefern. Dann wissen die Leute doch, naja klar, die hat eine Position, die ist jetzt unbeliebt bei den Herrschenden. Ist ja logisch. Und wenn die dann solche Geschichten über sie erzählen, hat das ja vielleicht damit zu tun, dass man sie diskreditieren will. Und ich glaube einfach daran, dass viele Leute das durchschauen. Also anders... Ich glaube es nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube eher, dass viel zu viele Leute es nicht durchschauen. Ja, natürlich hat es auch Wirkung, klar. Also ich sehe das ja, ich meine, das kann man ja ablesen, ablesen, an Umfragewerten, an vielem, an meinen Mails. Ich meine, ich kriege ja auch, seit der Krieg tobt, kriege ich immer noch mehr nette Mails als böse Mails. Aber die bösen Mails, die ich kriege, die haben es in sich. Also sowas habe ich vorher nicht gekriegt. Es gibt so viel, was wir besprechen müssen und können. Wir werden das in der Zeit nicht schaffen. Kenn ich, fühle ich. Versuche ich so ein bisschen zu straffen und zu ordnen. Aber auch mal einen Bogen zu spannen, damit wir wissen, woher das Thema kommt. Du, wir waren eben bei deiner Vergangenheit, wir sind jetzt so ein bisschen mehr in der Gegenwart. Lass uns mal in die ideologischen Lager der Gegenwart gehen. Ist links noch links und rechts noch rechts? Schwierig. Schwierig. Und was ist diese ominöse Querfront? Also ist das nicht schon längst erledigt, dieses Denken in Richtungen? Und müssen wir eigentlich als Reaktion auf diese Entwicklung nicht auch flexibler sein? Also dürfen wir zum Beispiel ganz provokant gefragt nicht auch Argumente der Rechten übernehmen, um sie ihnen nicht zu überlassen? Die Frage ist, was ist ein Argument der Rechten? Also wenn die AfD geschickt eine Marktlücke in der Politik wittert, und zwar genau die, dass man für Diplomatie wirbt, ist das deswegen eine rechte Position, gegen Waffenlieferungen zu sein und für Demokratie? Nur weil die AfD das gerade vertritt. Also das ist ja das Problem. Aber ist das dann ein Dogma zu sagen, wenn die AfD etwas vertritt, dürfen wir das nicht vertreten? Ich halte das für grundfalsch. Safe. Damit gibt man der AfD die Macht im Grunde über unsere Position. Also wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, sagen wir alle, der ist grün. Und am Ende wird die AfD natürlich natürlich immer nur sch... Das ist doch dieser Schwachsinn, der da passiert so, weißt du. Sagst du irgendwas, was irgendwelche Rechten auch sagen, dann bist du direkt auch rechts so. Hat aber mit dem Ding gar nichts zu tun. Jeder, auch Idiot, kann irgendwas Gutes sagen. Weißt du, was ich meine so? Und dann kannst du auch dafür stehen, ohne dass du auch dieser Idiot bist. Weil die Leute sagen, guck mal aus dem Fenster und sehen im blauen Himmel und sagen, naja, die Einzigen, die das noch aussprechen, das sind die AfD. Tut man der AfD damit aber nicht einen Gefallen, weil sie sich vielleicht sogar damit schmückt und sagt, guck mal, selbst die Wagenknecht sagt das Gleiche wie wir? Ja, Bro, wenn du so denkst, dann kannst du ja auch wieder gar nichts mehr sagen. Weißt du? Das ist scheißegal. Nee, also so würde ich das nicht sehen, weil dann musst du dich ja nur noch, dann kannst du ja gar nicht mehr frei denken und reden. Wenn du immer im Hinterkopf haben musst, oh nee, das hat vielleicht die Partei schon gesagt oder das hat vielleicht der schon auch mal gesagt oder da ist mal irgendwas und so. Sag einfach das, was dir auf dem Herzen liegt. Alles, was dann passiert, soll sowieso passieren. Mach dir keine Gedanken zu viel. Ich finde, dass man sich darum nicht kümmern muss. So, genau so. Ja, ich meine, wie ist die AfD aufgestiegen? Die AfD hat Dinge angesprochen, natürlich gefärbt in ihre Richtung, aber wo viele Leute gesagt haben, okay, da ist ein echtes Problem. Also das war ja damals in der Flüchtlingsfrage. Also natürlich ist es ein Problem, wenn ein überforderter Staat, wenn sehr viele Flüchtlinge kommen, die Infrastruktur ist überfordert. Da bin ich anderer Meinung, was diese ganze Flüchtlingspolitik angeht, aber das ist meine persönliche Meinung. Einfach nichts Ausreichendes bereitgestellt, um das Problem zu bewältigen. War das so oder war das eine Behauptung der AfD? War die Infrastruktur überfordert? Ja, also ich meine, mit einer Million, schätzungsweise einer Million Flüchtlinge? Die war ja vorher schon überfordert. Also ich meine, das ist doch ein Problem. Natürlich ist es ein Problem, wenn die Schulen, wenn die Lehrer fehlen, wenn es an Kindergartenplätzen fehlt, wenn Wohnungen fehlen, wenn die Mieten steigen. Warum ist das Problem aber jetzt nicht mehr da? Ja, also in der Ukraine-Krise... Das spricht noch keiner drüber. Naja, es gibt ja eine Klassifizierung von Flüchtlingen. Genau, es gibt Ukraine-Flüchtlinge, die sind okay. Da haben wir keine Probleme mit und auch keine strukturellen Probleme, weil die sind ja weiß und blond. ... Flüchtlinge, die es relativ einfach haben, hier hinzukommen und dann auch Förderungen erhalten. Genau, aber die Leute erfinden das bei den Ukraine-Flüchtlingen doch genauso als Problem. Also auch da ist die Infrastruktur überfordert. Wer sind die Leute? Ja, das finde ich gut, Seder. Machst du gut gerade, weil ich sehe das ähnlich wie er... Ich bin noch mal ein Bürger. Also ich kriege Mails von Leuten, die mir sagen, ja... Was sind... Das liegt auch vor allen Dingen nicht daran, dass die... Das liegt daran, wo die Politik auch ihre Gelder hingibt. So, wir könnten mehr Lehrer haben, wir könnten mehr diese ganzen strukturellen Sachen auch fördern und da gucken, dass Menschen, die hierher kommen, auch besser integriert werden und diese ganze Geschichte. Das könnten wir alles tun, aber wir pumpen das Geld lieber an Waffen, um Krieg zu machen. Alle Bürger, entschuldige. Du musst mal erklären, wie du meinst. Eine Mutter zum Beispiel, die sich um einen Kita-Platz für ihr Kind bemüht und die dann, das mag ja sogar ungerecht sein, aber mir sagt, okay, jetzt haben wir jetzt ukrainische Kinder, haben diese Kita-Plätze bekommen, ich kriege keinen, ich kann keinen Job annehmen, bleibe in Hartz IV, weil ich mein Kind nicht in die Kita bringe. Schreiben mir Leute. Okay, aber sind wir jetzt nicht... Ich... Also, ob das jetzt stimmt oder nicht, ich kann das nicht prüfen, aber es ist ein Problem. Ja, ja, aber lass uns da bleiben. Also, wir wollen ja die Frage besprechen, wie nah geraten wir an die Argumentationslinie der AfD, wenn wir unsere Position beibehalten, ohne Rücksicht darauf, dass wir verdächtig sind. Und jetzt sind wir ja relativ nah dran. Also, das, was du jetzt gerade gesagt hast, könnte auch Alice Weidel sagen. Wo ist die Demarkationslinie? Die würde es anders färben. Aber wo ist die Demarkationslinie? Wo sagst du, da ist eine klare Trennung zwischen meinem Ethos, meinem Anspruch und dem, was die AfD vertritt? Wo es ausländerfeindlich und rassistisch wird. Wo Menschen diffamiert werden aufgrund ihrer Herkunft. Wo, also, das gibt, ich meine, Weidels Rede zum Beispiel mit den Messerstechern und, wie war das noch, also, Kopftuchmädchen, also, da wird ja... So, Nazischeiß. Da wird ja darauf so getan, also, der Klassiker ist ja auch Sarrazin, Menschen aufgrund ihrer Herkunft... Deutschland schafft sich ab, aber nicht wegen den Ausländern, die hierhergekommen sind, sondern wegen der Propagandapolitik und wegen diesen falschen Entscheidungen, die Deutschland die ganze Zeit trifft. Eigentlich, die Politiker schaffen Deutschland ab. Herabzusetzen, so zu tun, als seien die dümmer, als seien die gefährlich, als seien sie irgendwie eine Bedrohung. Und das ist natürlich übelster Rassismus. Aber Probleme zu thematisieren, die mit Flüchtlingsaufnahmen zu tun haben, und übrigens bei den Ukrainern genauso, wie wenn Menschen aus Kriegsgebieten im Nahen Osten kommen. Natürlich ganz genauso, oder wenn Menschen aus Afrika kommen. Und... Ja, kannst du mir aber jetzt nicht erzählen, dass da kein Unterschied gemacht wird, liebe Frau Wagenknecht, so. Das hast du doch gesehen. Ukrainer wurden mit Kusshand hier aufgenommen und die haben direkt... Bro... Bro... Die haben Geld gekriegt, die konnten überall arbeiten. Auf einmal haben in jedem McDonalds nur noch Ukrainer gearbeitet. Zu der Zeit. In Mannheim. Bei uns. Die durften überall arbeiten, die haben Geld bekommen, die haben Jobs bekommen, die durften in die Schule gehen. Die konnten alles machen so. Ich kenne Flüchtlinge aus Ländern, die durften nicht mal arbeiten, wo sie hergekommen sind. Weil sie keine Arbeitserlaubnis gekriegt haben. Und die wurden wie scheiße behandelt. In irgendwelche Lager reingedrückt und kein Schwanz hat sich um die gekümmert. Und das muss man mal so ansprechen, wie es auch einfach ist. Das ist eine Zweiklassengesellschaft. Und die Menschen wurden anders behandelt als Menschen, die zum Beispiel schwarz sind oder aus einem muslimischen Land kommen. Facts. Das ist natürlich auch... Ich meine, teilweise ist das ja auch eine unehrliche Politik, die da verfolgt wird. Also aus Afrika zum Beispiel werben qualifizierte Leute ab. Die brauchen die Länder eigentlich selber. Und wir tun auch so, als sei das ein humanitärer Akt, wenn wir jetzt Ärzte und andere Leute bei uns beschäftigen. Also ich halte das nicht für einen humanitären Akt. Und dabei sage ich nicht, dass man Menschen nicht helfen sollte, wo gerade Probleme sind und dass die flüchten können und so. Aber man sollte keinen Unterschied machen, weil die Christen sind, blond sind und blaue Augen haben oder aus Afrika kommen, schwarz sind und braune Augen haben. Und dieser Unterschied wird aber gemacht. Rassismus in diesem Bereich ist real. Da kannst du mir auch erzählen, was du möchtest. Und ja, ey Dicker, wie sie gerade eben aber auch gesagt hat, ist es halt, wie sind zum Beispiel die, guck mal, Türken leben schon so viele Generationen in Deutschland. Die gehören zu Deutschland dazu. Fast jeder Deutsche kann mindestens ein türkisches Wort. Wir haben die damals hierher geholt, um zu arbeiten, um das Land wieder aufzubauen. Verstehst du, was ich meine so? Und dementsprechend sollte man auch mit den Nachfahren umgehen, meiner Meinung nach. Die sollten Teil des Volkes sein. Auch die Oberhäupter des Landes sollten das öfters thematisieren, damit es auch klar ist in der Gesellschaft so. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du die Geburtenrate reinziehst von Deutschland, wenn wir keine Flüchtlinge aufnehmen und Leute hierher kommen, dann sind wir gefickt. Das muss man auch ganz klar sagen, so wie es ist. Also die Rechten, die Nazis sagen ja, ey, alle Flüchtlinge sofort ausweisen und so einen Scheiß. Wenn alle Flüchtlinge jetzt sofort oder alle Leute mit Migrationshintergrund jetzt sofort aus Deutschland abhauen, ist die Industrie im Arsch. Hätte das für ziemlich perfide. Also ist links dann noch links und rechts rechts? Also wenn wir das jetzt alles so vergleichen miteinander, wenn wir sehen, wie nah man auch an Argumentationen des politischen Gegners gerät und sie sich aber zu eigen machen muss, um sie ihm nicht zu überlassen, wie du gesagt hast. Kann man dann noch von dieser Links-Rechts-Spaltung sprechen oder braucht es nicht eine Kraft, vielleicht sogar dazwischen? Wir reden über eine Parteigründung. Das ist ja so, im Hintergrund schwingt das immer ein bisschen mit. Ist das die Idee, die du für eine Partei hättest? Also ich habe eine ziemlich klare Vorstellung, was ich unter links und was ich unter rechts verstehe. Also links heißt für mich, sich für die sogenannten Kleinleute, also für die Leute, die es schwer haben, die kämpfen müssen, die schlechte Löhne haben, für diese Menschen einzusetzen. Die Gesellschaft nicht zu spalten und nicht gegeneinander aus. Was ist das für eine Kameraperspektive, Bro? Ich küsse deine Hände. Genau, aber auch etwas dafür zu tun, dass es diesen Menschen besser geht. Und Gerechtigkeit. Kameras sind ein bisschen durchwachsen hier bei dem Video, ne? Genau, soziale Gerechtigkeit und Frieden. Also ich meine, eine klassisch linke Position war immer gegen Aufrüstung, gegen Waffenlieferungen, für Diplomatie werben. Also das ist ja der Klassiker. Also rechts war eigentlich immer, außenpolitisch eigentlich. Alleine schon in links und rechts zu denken, finde ich ein Fehler. Ja, ich denke auch so, Bro. Weiß ich nicht. Ich bin auch kein Fan davon so. Aber auch vor allen Dingen heutzutage, das ist ja alles so mittlerweile, das ist so komisch irgendwie. Also was die Linken heutzutage fabrizieren, da kann ich nicht mehr hinterstehen. Damals, wo ich groß geworden bin, wo mein Opa auch noch Teil der SPD war und so, da sah das alles noch ein bisschen anders aus. Heutzutage kannst du das gar nicht mehr so aufteilen, finde ich, in rechts und links. Weil das ist alles so komisch miteinander verwoben und du kannst gar nicht mehr eine klare Linie überhaupt erkennen. Sei einfach du und hab deine eigene Meinung. Weißt du, ob die jetzt mit irgendwelchen Richtungen konform geht oder nicht, ist eigentlich scheißegal. Halten Krieg rechts war immer Politik der Abschreckung, Politik der Aufrüstung. Also das, was heute quasi grüne Politik ist, das war eigentlich immer rechts. Als man noch wusste, was rechts und links war. Und in der sozialen Frage auch, was war da rechts? Ja, rechts war Ellenbogen, Marktradikalismus, Neoliberalismus, der Markt richtet alles, wir privatisieren, wir schleifen den Sozialstaat. Das war rechts. Das heißt, das ist eigentlich eine klare, für mich eine klare Sache. Nur in der öffentlichen Debatte verstehen, glaube ich, viele Menschen nicht mehr, was rechts und links ist. Weil sie vermeintliche Linke erleben, die eigentlich eine rechte Politik machen. Und anderen, die nach meiner Meinung Linke-Positionen vertreten, wird vorgeworfen, sie seien rechts, weil sich bestimmte Dinge dann mit der AfD überschreiten. Da kommen wir noch drauf, auf die Rolle der Medien und der Öffentlichkeit oder der Presse auch. Aber ist das nicht eigentlich die Querfront, die dir vorgeworfen wird? Also wenn du sagst, wir machen eine Friedensdemo, ist ja der erste Vorwurf, ihr seid unterwandert von Rechten und ihr bietet Rechten eine Plattform. Aber ist das, was zum Beispiel die... Das ist genauso, wie wenn du damals auf eine Corona-Demo gegangen bist, warst du auch rechts und Nazi. Ich war ja teilweise auch ein rechter Nazi-Verschwörungstheoretiker, obwohl ich schwarz bin, Bro. Von Nazis verfolgt wurde in meiner Kindheit. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt... Das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm. Nur weil da jetzt vielleicht vier, fünf Leute mit einem Nazi-Hintergrund auch auf so einer Demo sind, darfst du jetzt nicht dahin gehen, oder was? Darfst du jetzt nicht sagen, dass du gegen die Corona-Maßnahmen bist, so? Das war eine Sache, da müssen alle aufstehen, egal von wo du kommst oder nicht kommst. Das kann man so nennen. Gemeinsame Sache zu machen mit der Waffenlobby, mit Staaten wie Arabien, Geschäfte abzuschließen, um Energiekrisen zu lösen. Also über seine eigenen Grundsätze so weit zu springen, aus Pragmatismus heraus, dass man ja auch nichts mehr von dem hält, was man mal versprochen hat. Also eklatant, gerade bei den Grünen ist ja im Augenblick, dass sie vor der Wahl eigentlich das Gegenteil von dem gesagt haben, was sie jetzt machen. Die haben ja auch zum Beispiel noch in ihrem Wahlprogramm im letzten noch gehabt, dass man im Kriegsgebiet keine Waffen legt. Also das war ein traditionell linker Grundsatz, dass man Kriege nicht mit Waffen beendet. Das ist ja eigentlich auch logisch. Aber wie geht man dann damit um, dass gerade diejenigen, die sich am widersprüchlichsten verhalten, einem Dinge vorwerfen, die gar nicht nachweisbar sind? Also sie werfen dir ja das vor, was sie selbst tun. Ja, 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 also ich meine auch in anderer Hinsicht. Ich meine, die haben zum Beispiel überhaupt kein Problem mit einem Botschafter wie Herrn Melnick, also Ängste, freundschaftliche Beziehungen zu pflegen. Ich meine, Melnick ist ein Verehrer des Nazi-Kollaborateurs Stefan Bandera. Der beteiligt war am Massenmord an Juden. Und er wird von Leuten in Schutz genommen, die selbst Juden sind, wie zum Beispiel Tegas, krank. Wie Henrik M. Bruder, wie ich gestern gesehen habe. Also nicht Bandera, aber Melnick. Ja, ja, Melnick. Also ich meine, und da haben sie gar keinen, ich meine, das ist eine echte Querfront, wenn einer ein Nazi-Verehrer ist. Also das ist wirklich erschreckend. Aber das zeigt, dass einfach die öffentliche Debatte alle Relationen und jeden Kompass verloren hat. So, da sind wir jetzt. Warum ist das so? Warum ist die öffentliche Debatte im Moment, so empfinde ich es jedenfalls, so eingleisig? Warum wird alles, was neben der Spur ist, verunglimpft, bedroht, sanktioniert, ausgegrenzt? Warum ist das in einer Demokratie nicht möglich, zu sagen, okay, diese Frau ist anderer Meinung als... Weil es nicht so leicht zu steuern ist, wenn Menschen auf einmal wieder Oppositionen bilden und ihre eigene Meinung vertreten und nicht mehr gleichgeschaltet sind mit dem Narrativ, was die Politik und die Medien und die Mächte hinten dran entscheiden. Weißt du, wie ich meine so? Das ist einfach gefährlich. Das ist einfach nicht mehr, dann ist nicht mehr so einfach. Weißt du? Und die wollen sich den Laden ja so einfach wie möglich machen. Und wenn die merken, dass es sogar funktioniert und dass wenige sich dagegen auflehnen, dann ziehen wir es doch so durch. Ist doch geil. Hier entspannt das für uns. Aber diese Meinung darf gelten, sie darf Platz haben und sie muss gehört werden. Warum ist das im Moment so schwer? Man könnte natürlich brutal sagen, weil einige sich im Krieg befinden. Also ein Land, das sich im Krieg befindet, ist nie demokratisch. Und Frau Baerbock ist ja der Meinung offenbar, wir führen Krieg gegen Russland, hat sie zumindest selber gesagt. Aber ich will es jetzt gar nicht auf die witzige Schiene bringen. Es ist ja tatsächlich so. Baerbock ist witzige Schiene auf jeden Fall. Ich meine, der Ukraine-Krieg ist ein Stellvertreterkrieg. Völlig eindeutig. Also ich meine, warum liefern wir in diesem Ausmaß Waffen? Es gibt so viele Kriege auf dieser Welt, wo sich der Westen nicht engagiert und die ihm ziemlich egal sind. Und da, was ich auch nicht, also die richtige Lösung finde, ich sage jetzt nicht, dass wir uns nicht um Kriege kümmern, wir sollten versuchen, sie zu beenden. Aber das ist ein Krieg, wo man also mit Milliarden Summen, ich meine, das ist ja irre, was wir da also an Waffenlieferungen inzwischen verantworten, die USA vor allem, aber auch Deutschland, auch Europa. Und natürlich ist ein Stellvertreterkrieg. Und wir sind in diesem Krieg inzwischen so tief involviert, dass man auch natürlich das, was man früher Heimatfront nannte, also die öffentliche Meinung im eigenen Land, da soll am besten keine Gegenposition sein. Und deswegen haben wir auch damals bei Friedensdemo und bei dem Manifest einen solchen Gegenwind gehabt. Also, ich meine, ich habe schon oft... Bis zur Wut. Also es ist ja das, was euch entgegenschlägt, ist ja nicht nur Gegenwind. Ja, also Wut und Hass. War übrigens eine starke Rede, Sarah, auf dieser Demo oder auf diesem Friedens... Wie hat sie es genannt gerade? Weiß ich nicht genau, aber war eine starke Rede, haben wir auch darauf reagiert. Könnt ihr euch gerne zu Gemüte führen, auch auf diesem Kanal hier online, wenn Sarah Wagenknecht, einfach Sarah Wagenknecht, Leon Lovlog irgendwie Rede eingeben, dann findet ihr den Laden. Liebe Verunglimpfung und es sind Behauptungen, die einfach, ja, erst mal unwahr sind und nicht nachweisbar, aber die auch dazu gedacht sind, euch zu schaden. Also es ist so, dass man... Manifest, stark. Manifest war dieses Dokument dann, diesen Vertrag oder diesen, die Unterschriften auch gesammelt haben, oder? Man möchte jeden, der irgendwie für eine diplomatische Lösung wirbt, als Agenten Moskaus abqualifizieren, wobei... Da haben die da immer ihre Agenten Moskau, AfD, Nazi, Rechts, das sind die Keulen, die heutzutage abgehen, wenn du eine andere Meinung hast. Noch nicht mal... Und als potenzielle Kollaborateurin der Nazis. Auch noch dazu. Also ihr seid Agenten Moskaus, aber ihr duldet unter euch auch Nazis. Also ihr seid... Ja, ja, na das ist ja dann... In wirklicher Umsicht unterwandert. Na gut, das ist sowieso ein alter Trick. Der ist jetzt tatsächlich auch nicht erst jetzt erfunden worden, dass man Demonstrationen dadurch diskreditiert, dass man irgendeinen Rechten auf dem Platz findet und dann sagt die ganze Demos rechts. Ich schwäß dir. Das hatten wir auch schon zu Corona-Zeiten. Ja, genau so, Sarah. Genau so hatten wir das bei Corona-Zeiten. Und am Ende führt es dazu, dass tatsächlich Rechte oft dann diese Bewegung übernehmen. Weil man, wenn man natürlich den Leuten oft genug sagt, das ist eine rechte Bewegung, dann haben sie irgendwann auch kein Problem damit, dass die Rechten dann die Organisatoren werden. Das ist also eine ganz perfide Strategie. Wäre es denn nicht klüger zu sagen, es ist egal? Naja, es ist egal. Egal kann es mir nicht sein. Ich meine, wenn man mich als rechtsoffen diffamiert, dann ist das ja eine Diffamierung. Also, ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, was ich unter rechts und links verstehe. Ja, man kann sich halt auch nicht um alles kümmern. Ich gehe auch nicht auf alles ein, was mir untergejubelt wird. Egal, ich bin ich. Ich will mit rechts nichts zu tun haben, mit rechtsradikalen. Diese Frau spittet nur Wahrheit an Mike, fühle ich. Man kann nicht informieren, dass es jemand behauptet. Du beweist es ja nicht. Dein gesamtes Sprechen. Naja, man diskreditiert. Also, es gibt natürlich viele Menschen, die nicht zu einer Kundgebung gehen wollen, wo man ihnen im Vorfeld erzählt, Rechte mobilisieren. Also, hat man ja auch bei uns, man hat ja so getan, als würden massenhaft teilweise vielleicht sogar richtig Nazi-Kameradschaften da auflaufen. Und dann steige eine erste Reihe, Bruder. Bist du doch? Völlig absurd, wahr? Und die Zahlen der Demonstranten sind runtergerechnet worden. Das hat man sowieso. Und die Zahlen der Rechten sind hochgerechnet worden, was ja auch Propaganda war. Ja, na gut, die Zahlen der Rechten konnten sie so richtig nicht hochrechnen. Also, neun Rechtsradikale wurden gesichtet unter 50.000, okay. Fortsetzung folgt, meine lieben Digga, geil. Cooler Talk auf jeden Fall. Gute Kombination, fühle ich komplett. Irgendwie gibt es, glaube ich, denn hier steht irgendwas hier. Achtung. Das ist ein Vorgeschmack auf das bald erscheinende Interview. Ihr werdet es demnächst auf sumunju.de oder auf diesem Kanal nur für Mitglieder sehen können. Kanalmitglieder werden und exklusive Vorteile erhalten. Muss man halt Mitglied werden. So, mäßig, ne? Schade auf jeden Fall. Ich hätte mir gerne noch den ganzen Talk reingezogen. Aber war auch so ein guter Talk, finde ich. Zwei JungsInnen, die ich sehr respektiere und feiere. Deswegen geil. War eine coole Reaction, hat mir Spaß gemacht. YouTube, ich küsse euer Herz. Danke fürs Einschalten. Liebe geht raus. Peace it out.